Pappi, Pappi, da war Pappi! Pappi, hier bin ich! Was machen Sie denn hier? Wo ist denn die Polizei? Falk, Leutnant Falk, Feldjäger, wir sind die Militärpolizei. Gürtel, wo ist er? Der ist im Trakt C, da. Ich hab ihn nur eingeschlossen, der Trakt wird gerade renoviert. Pappi, Pappi, hier bin ich! Pappi! Kinder, runter, wir gehen alle mal runter, stecken wir mal runter. Gibt es sogar andere Ausgänge aus dem Trakt? Was haben wir denn hier verloren? Die Schule ist ein ziviles Gebäude, also fällt der Einsatz in unseren Kompetenzbereich. Die Bedrohung geht von einem Bundeswehrsoldatenhaus und das gehört eindeutig in unseren Kompetenzbereich. Hier geht es um die Sicherheit von hilflosen Kindern und das ist mein Kompetenzbereich. Sagt wer? Sagt Bischof von der Kriminalpolizei. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also? Was wir wissen ist, dass Stabshilfe Will Gürtel in das Schulgebäude eingedrungen ist, um seinen Sohn zu holen. Rektorin Böhm hat ihn im dritten Stockwerk festgesetzt. Schwere Brandschutztüren, keine weiteren Ausgänge, vermutlich keine weiteren Personen in seiner Nähe. Ja, und was ist das hier alles? Sind wir hier im Irak oder was? Ja, wir nicht. Aber wir wissen nicht, wo er gerade ist. Wieso? Gürtel ist Mitglied einer Elite-Spezialgruppe und absolviert gerade ein sehr hartes Ausbildungsprogramm. Möglicherweise psychisch etwas instabil. Und was heißt das? Ist er durchgedreht, oder? Er ist schwer bewaffnet. M16, Pistole, Gott weiß was sonst noch. Gürtel ist Sprengstoff-Spezialist. Hat einer von Ihnen einen Polizeipsychologen angefordert? Ja, das fliegen kann er ja wohl nicht. Packen Sie also Ihre Knarren ein, hängen Sie sich an den Funk und rufen Sie sofort den Psychologen an. Ihr, sorgt dafür, dass die Kinder von den Gängen wegbleiben. Sie haben doch einen Sprechanlage vor, ja? Schicken Sie sofort die Kinder auf die Gänge. Oh Gott, was sagt denn jetzt? Runter, 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 runter. Alle machen Megaton. Herr Günder, hier spricht die Polizei. Lassen Sie die Wasser fallen und drehen Sie um. Machen Sie sich keine Sorgen, wir holen Ihren Sohn da raus. Pappi! Pappi! Was warten Sie denn noch? Fertig machen! Hey, hey, hey! Das hier ist eine Polizeiaktion. Wir sind auf zivilem Gelände und hier haben wir die Lufthorheit. Ist das klar? Warnschüsse! Hitler! Das ist die letzte Warnung! Drehen Sie um! Warnschüsse! Pappi! Pfappi! Ah! ARD Text im Auftrag von Funk Es ist alles okay. Wahrscheinlich hast du ein paar von den kleinen Scheißern hier das Leben gerettet. Die Entscheidung für den Schießbefehl war richtig. Der Mann war schwer bewaffnet. Ihr habt ihn aufgefordert aufzugeben, ihr habt Warnschüsse abgegeben, mehr kannst du nicht machen. Ich habe den Schießbefehl nicht gegeben. Was? Der Rettungsschuss. Ich habe ihn nicht freigegeben. Wir hatten keine Freigabe für den finalen Rettungsschuss. Die Order war Warnschüsse abzugeben. Genau das haben wir getan. Danke. Fischer? Ja, gut. Richtig aus.